Guten Morgen liebe Traderinnen und Trading, nun haben wir schon wieder Dienstag, der Montag ist vorüber gegangen mit mehr oder weniger Bewegung bei den Indizes an den großen Märkten unserer Welt und wir schauen heute wieder auf ein paar interessante Handelsideen aus den Märkten. Wir haben heute auf der Uhr, ich schaue gerade nochmal rein, das Gold, wir haben Euro-britisches Fund und wir schauen heute mal wieder auf den Bitcoin. Aber zuvor erst einmal ein guten Morgen an alle Live-Zuschauerinnen und Schau, Ludger, Alexander, freut mich hier euch live dabei zu begrüßen. Wir starten, würde ich sagen, ohne viel Zeit zu verlieren. Olaf, guten Morgen und gehen direkt auf den Risikohinweis rein. Die Risiken sind der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren. Na, der Raum wird langsam immer voller. Olaf, Elena, René, freut mich hier viele, viele Live-Zuschauer auch dabei zu haben. Und da gleich noch die Einladung an alle, die hier live zu schauen, wenn sie mögen und mal ihren eigenen Chart analysiert haben wollen. Einfach das Kürzle rein hier und damit geht das Ganze in den, ja, in das Webinar einfach mit rein. So, also Risikohinweis ist durch. Wir schauen sozusagen jetzt mal auf die Tagesnachrichten. Was gibt es heute? Wahnsinnig viel gibt es nicht. Aber etwas ganz Wichtiges, heute spricht Herr Draghi. Herr Draghi kann die Märkte bewegen. Das wissen wir alle. Das heißt, um 10.15 Uhr werden wir mal schauen, was hier die Reden vom Präsident der EZB an den Märkten bewegen. Um 10 Uhr gibt es noch die Pressekonferenz der OPEC. Und heute Abend, weit nach Handelsschluss, auch in den USA, gibt es noch die API-Rohöl-Lagerbestände. Am Mittwoch gibt es ja dann noch die weiteren Lagerbestände der USA. Das ist hier sozusagen ein kleiner Vorgeschmack im Bereich des API. Sven, auch dir einen schönen guten Morgen. Und damit würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal in die Charts hinein. Wir sehen heute hier den Bitcoin mal im Tagesschart. Ich mache das mal ganz klein, dass wir etwas mehr sehen. Oder was heißt ganz klein, aber etwas kleiner, dass wir einfach das große Bild hier mal sehen. Wir haben ja diesen Wahnsinns-Hype hier gehabt im Bitcoin. Da erinnern sich sicherlich viele dran. Da ging so richtig die Post durch die Decke. Der Chart erinnert mich so ein kleines bisschen an den Tulpen-Zwiebel-Chart. Oder so ein kleines bisschen auch an den Chart von der Deutschen Telekom-Aktie. Da sind so ein paar Ähnlichkeiten dabei. Bin gespannt, wie es hier weitergeht. Aus reiner Tradersicht ist hier in diesem Chart momentan ein doch, würde ich sagen, sehr, sehr schönes Muster erkennbar. Der Markt schiebt sozusagen von oben nach unten runter. Und wir haben hier unten, Sie sehen es, die 6200er Marke in diesem Bereich rein. Das heißt, wir haben hier ein fallendes Dreieck sozusagen. Hier nach unten, die Oberseite fällt sehr, 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 sehr stark ab. Und hier unten ist momentan ein Boden, der immer wieder gehalten hat, wo es dann Kursaufschübe nach oben gibt. Und wir hatten das Muster wahrscheinlich schon mal besprochen. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Aber so lange, wie der Chart ja schon seitlich läuft, nehme ich mal an, ist das schon das ein oder andere Mal auch vorgekommen. Aber nichtsdestotrotz, wir stehen wieder hier unten an dieser 6200 Dollar Marke. So, Punkt. Aus die Maus. Was wir jetzt aber sehen ist, immer dann, wenn wir unten raufgekommen sind und nach oben gelaufen sind, der Weg wird kürzer. So, das heißt, in diesem Falle, der Druck kommt momentan von oben nach unten. Das sehen wir eindeutig. Wir haben fallende Hochs, noch keine Tiefs. In einem Abwärtstrend ist das ein bärisches Zeichen. Heißt also, wenn der Markt das macht, was er mit bärischen Konsolidierungsmustern in der Regel macht, nämlich eine Trendfortsetzung, dann können wir erwarten, wenn der Bruch nach unten kommt, dass wir doch ein wenig Bewegung nach unten sehen. Wir haben hier ein paar Anlaufpunkte, die habe ich für Sie mal markiert. Jetzt mache ich das Bild mal etwas größer, dass das leichter zu sehen ist. Und zwar liegen die Anlaufpunkte hier um die Marken. Jetzt ist es aber blöd, jetzt sehen wir in der Historie nichts. Ich nenne sie mal ganz kurz. Also, Sie sehen es ja, was hier sind, die 5.828, 5.577, 5.372 und 5.053. Das sind mal so Zwischenanlaufpunkte auf dem Weg nach unten hier. Das sehen Sie hier hinten, habe ich es mal markiert. Das sind so markante Tagestiefs, die wir hier an dieser Stelle auch sehen. Und hier, das hier, diese 4.803, das ist ein Level gewesen, wo der Markt ausgebrochen ist und massiv stark nach oben gelaufen ist. Ich könnte mir unter Umständen vorstellen, dass der Markt da ranläuft und dann dort wieder so ein bisschen rumtingelt. Aber nach unten hin haben wir definitiv Potenzial, wenn der Markt hier wegschiebt, einfach den Bruch dieser 6200er Linie mal nachvollzieht. Wir haben es ja hier unten schon mal gehabt, dann ging es wieder hoch. Also, Sie sehen, der Markt will noch nicht richtig runter, aber es kann halt passieren, dass er wirklich mal richtig nach unten durchschiebt. Und da ist es halt gut, an so einer Stelle zu stehen, um entsprechend hier, ja, ich sage mal, Spalier bei Stange zu sein, um die Möglichkeit dann direkt anpacken zu können. Allerdings, auf der anderen Seite kommt wieder mal ein Rebound, also ein Abprall von diesem Bereich hier unten. Hier, schauen Sie mal, dann haben wir hier oben erst einmal zwei Anlaufpunkte. Hier haben wir einen Tageshoch, dort haben wir einen Hoch von diesem leichten Trend hier, um die 7.422 bzw. 7.035 US-Dollar. Das wäre ein ohne weiteres Marken, wo der Markt nach oben ranlaufen könnte. Da läuft er dann auch an diese abwärts laufende Linie ran. Also, hier Interesse auch nach oben, wenn es dem Abprall denn kommt. Wer das traden möchte in diesen Kleinstbereichen, der kann das gerne tun. Schaut man dann in die kleineren Zeiträume, braucht das Setup natürlich. Aber ich habe das mal gezeigt, weil die Situation hier unten momentan echt wirklich interessant ist. Und wir sehen halt, dass der Druck so Stück für Stück immer, immer, immer flacher wird. Und wenn dann mal ein Bruch kommt, Sie wissen das ja, bei Kurs muss dann auch auf die Long-Seite. Es gibt oft ein, zwei Ausbruchsversuche, vielleicht auch drei und der nächste klappt dann. Und das kann halt auch hier passieren, sich hier auf die Lauer zu legen und dann die großen Bewegungen nach unten entsprechend auch mitzunehmen. Das ist natürlich ohne weiteres möglich. Schaut man hier mal in die Stunde, da sieht man dieses Seitwärtsgetingel, dieses Halten hier unten. Und das ist halt dann das Ding. Wenn es dann bricht, dann kann durchaus die Bewegung nach unten hier unten ein Stück weit tiefer führen. Und das ist ja die interessante Sache, wo es sich lohnt, hier einfach einmal reinzuschauen. So, dann schauen wir in das nächste Währungspaar und zwar Euro-Britischer Pfund. Das habe ich hier mal für Sie im Tagesschat auch aufgezeigt. So, jetzt mache ich mal hier Platz noch. Die Stunde brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen hier wirklich den Tag. Und wir sind hier im Währungspaar mal wieder in einem Bereich angekommen, wo es schon immer hin und her getingelt hat. Hier unten diese 0,88, 8,30. Also hier irgendwo dieser Bereich. Also nageln Sie mich da nicht auf den Cent entsprechend nach den Kommastellen fest. Hier, wenn man das mal hier so in diesem Bereich sieht. Wir haben hier immer wieder diese Hin- und Her-Bewegung gehabt. Und von dort aus ist der Markt halt öfter schon wieder hochgestochen. Das haben wir jetzt hier die letzten Tage auch gesehen. Gehen rein in diesem Bereich, Bäm, nach oben gegangen, wieder runter und wo wir unten gewesen sind, entsprechend wieder nach oben gegangen. So, dann hatten wir hier am Freitag letzter Woche den Schub nach unten. Gestern das gleiche hier, jetzt drehen wir schon wieder rum nach oben. Heißt also, wir haben hier so eine Art ganz, ganz leichte Trading Range, so eine Korrektur, so ein bisschen über die Zeitschiene. Allerdings in einer Range hier oben. Die Oberkante ist bei 0,89, 328. Das ist natürlich interessant für diejenigen, die dieses Range Trading machen wollen. In den kleinen Zeiteinheiten kann man das echt gut machen. Wenn man sich mal die 5 Minuten anschaut, schauen Sie, da haben Sie immer wieder Aufwärtstrends, da haben Sie immer wieder Abwärtstrends hier in diesem Markt. Also das lässt sich schon relativ gut anstellen in dieser Range. Die Range ist breit genug, dass sie uns diese Möglichkeiten auch erübrigt sozusagen mit diesen Trends, wo man doch das ein oder andere tun kann. Am sinnvollsten natürlich immer von den entsprechenden Kanten, die wir hier im Markt haben, also von Oberseite und Unterseite. Das sehen wir an diesen Kerzen, lässt sich das relativ gut machen. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Abprall. Heißt also, wenn der Markt hier oben ran läuft und es schafft rüber zu laufen, haben wir so ein bisschen Potenzial auf die 0,89, 584. Hier, also das Tageshoch, was wir hier hatten, ist auf alle Fälle da. Im Kontext auf den aktuellen Trendverlauf ist das, was wir hier sehen, jetzt einfach nur die Korrektur. Das heißt, wir haben ja hier, ich mache es mal etwas größer, wir haben hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. So, hier dieser Aufwärtstrend ist gebrochen. Wir sind unter dieses Tief hier unten drunter gelaufen. Jetzt tingelt halt hier unten rum ein Bruch durch die Unterseite. Das heißt, eine Fortsetzung dieses Trends hier an dieser Stelle würde dann kurzfristig dazu führen, dass wir hier entsprechend vielleicht ein paar Tagestiefs abholen. Und das nächste Unterstützungslevel haben wir dann hier in diesem Ausbruchsbereich um die 0,88, 4, 3, 7. Das ist mal auf dieser Uhr zu sehen, wenn wir uns das Ganze mal im längeren Bereich anschauen. In der Woche, da sieht man halt, dass man hier auch in der Woche einen Bereich hat, wo der Markt von oben nach unten geht, wo hier nicht so richtig Druck nach oben aufkommt. Er ist zwar mal über diese Marke hier oben drüber gegangen, hier hinten das Hoch von 0,90, 2, 3, 0. Aber er hat danach direkt wieder abverkauft. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt eine Situation, wo ich sage, juch hey, jetzt geht es hier wahnsinnig doll nach oben. Sondern nein, wir haben hier entsprechend den Markt am Laufen. Hier sehen wir untergeordnet diesen nach oben laufenden Aufwärtstrend. Hier diese Marke, dieses Tief um die, um den Punkte von 0,88, 4, 3, 7. Die hat eine Relevanz. Wird das gebrochen? Schiebt es den Markt tiefer nach unten? Also dann haben wir wirklich eine Wiederaufnahme dieser Abwärtsbewegung hier in diesem Bereich. Das bleibt dann interessant zu sehen, was hier passiert, wenn die Bewegung reinkommt. Ob der Markt wirklich nach unten schiebt oder ob er wieder rumdreht und dann Stück für Stück nach oben läuft. Wir haben hier Euro-britisches Fund. Heißt also, ich denke, das Thema Brexit wird hier Nachrichtenseits auch immer eine große Rolle spielen. Das heißt, positive oder negative Nachrichten zum Brexit werden hier die Währung mittlerweile gut beeinflussen können. Und das sind Sachen, wo man das Ganze immer auch auf der Uhr haben möchte. Das heißt, wenn wir das Teil traden, dann bitte auch immer in die Nachrichten schauen, ob es da Informationen dazu gibt, ob Sie irgendwas lesen können zum Thema Brexit. Beziehungsweise, wenn die Nachrichten raus sind, dann sehen Sie auch schon, dass da irgendwas eingeschlagen hat, weil Sie haben dann große Kerzen nach oben oder große Kerzen nach unten. Aber auf alle Fälle hier ein Level momentan, wo es doch interessant wird, an dieser Marke mal genau zu beobachten, was der Markt hier macht. Wie schon gesagt, nach oben hin haben wir schon einiges an Potenzial. Der Markt strebt hier nach oben und hier schauen Sie, hat man so ein bisschen das Thema Abwärtstrend. Hier oben, wenn wir hier drüber laufen, über diese Marke von 0,89, 0,38, dann haben wir diesen Abwärtstrend erstmal gebrochen. Dann schiebt es den Markt wieder ein Stück nach oben. Also Sie haben hier die Chance, kurzfristig zwischen diesen beiden Ranges zu traden oder aber Sie warten einfach ab, was der Markt macht, ob er sich dann irgendwann entscheidet, unten durchzufallen und legen sich dann auf die Lauer, den Weg nach unten Stück für Stück mitzunehmen. Wir haben hier genug Potenzial, weil dieser Trend entsprechend den Aufwärtstrend gebrochen hat und hier haben wir genug Anlaufpunkte. Schauen Sie sich nun mal die entsprechenden Korrektortiefs an, die wir hier im Markt liegen haben. Da ist einiges zu holen, wenn der Markt nach unten anläuft. Müssen wir halt warten und sehen, wie die Markthernehmer reagieren. So, damit zum Goldpreis. Goldpreis hatten wir auch schon das ein oder andere Mal in der Vergangenheit. Wir hatten ja diese Pendelei um die 1200 US-Dollar Marke. Diese Pendelei geht momentan, wenn man mal diese reine Marke betrachtet, ebenfalls weiter. Aber hier ist was Interessantes passiert in letzter Zeit. Schauen Sie sich mal diesen Goldpreis an. Ich mache mal ganz kurz, damit Sie sich das Bild etwas besser verdeutlichen können, den Wochentrend an. Wir haben ja seit Wochen, gut ein Vierteljahr ist das jetzt, schiebt der Markt einfach nur nach unten. Ohne Wenn und Aber, ohne Pause. Aber, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, den Trendverlauf der Woche, auf Tagesbasis, dann sehen Sie hier etwas Interessantes. Nämlich, wir haben hier, das habe ich für Sie mal eingezeichnet, einen nach unten laufenden Trendkanal. Und der Markt hat diesen Trendkanal jetzt verlassen. Das war der Schub nach oben. Und korrigiert den ganzen Spaß jetzt. Wir haben die Oberseite der Bewegung bei 1214 US-Dollar für die Feinunze gehabt. Und hier unten um die 1188 haben wir so einen leichten Boden, wo der Markt mal raufgetutzt ist und dann wieder nach oben getradet ist. Das heißt, der will noch nicht so richtig runter. Aber, und das ist das, was interessant ist, wir haben gestern wieder eine schöne Aufwärtsbewegung gesehen, wenn es den Markt wirklich nach oben schiebt. Und wir hier über diese 1214 Punkte Marke drüber laufen. Das wäre dann ein Punkt, wo man sagen könnte, der Markt könnte jetzt mal zu einer Gegenbewegung ansetzen. Dass er diesen wahnsinnig starken Abverkauf wieder nach oben mit rausnimmt. Diese Wahrscheinlichkeit, die ist da. Ist noch nicht so, dass ich sage, ich springe jetzt vor Freude im Kreis und sage jetzt aber rein. Jetzt kriegen wir wirklich mal eine schöne Aufwärtsbewegung, dass wir von diesem langen, langen Schub nach unten mal ein Stück was wegkriegen. Wieder sozusagen korrigieren. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, messen wir das mal eben aus, diesen starken Schub nach unten hier. Fangen wir mal hier oben an und messen das mal. Schauen Sie mal, die 50% Marke, die haben wir irgendwo hier oben um die 1235. Das heißt, interessant ist es dann schon zu sehen, was passiert denn jetzt hier auf Tagesbasis. Wenn der Markt hier tatsächlich hochläuft, dann haben wir schon die Möglichkeit, hier ein Stück weit nach oben mitzulaufen. Auf diesen 50% oder vielleicht auch noch ein bisschen Höhe. Wenn man sich das rein trendtechnisch hier anschaut, der Trend hier nach unten hat das letzte Korrekturhoch gehabt, bevor der Schub kam. Wenn wir hier drüber laufen, ist der auch erst mal gebrochen. Das heißt, das sind verschiedene positive Szenarien, die hier ineinander laufen. Und wenn der Markt tatsächlich den Schub nach oben bekommt, dann ist das ein wahrscheinlicher Anlaufpunkt. Beziehungsweise es könnte auch noch ein Stück weit nach oben gehen. Das ist nach diesem Rebound durchaus möglich. Es kann auch sein, dass der Markt einfach nur seitwärts läuft und dann weiter nach unten fällt. Das weiß man nicht. Aber wenn es den Bruch nach oben gibt, dann kann man hier dabei sein und doch den ein oder anderen Dollar ins eigene Portfolio mit dieser Bewegung entsprechend heraus auch filtern. Und wer das Ganze möchte und sich hier schon auf die Lauer legen mag, der guckt einfach mal in den Stundentrend und schaut, was hier in der Stunde passiert. Und sobald wir da sozusagen wieder einen validen Aufwärtstrend haben, das wäre dann eine Chance zu sagen, gut, jetzt trade ich mal die Stunde ein Stück weit nach oben. Und wenn die Stunde dann in den Tag über diese Marke hier oben drüber läuft, dann haben wir doch eine Chance, dass hier auf Tagesbasis die Trendentstellung noch ein Stück weit weiter läuft. Und wir nach oben hin in die Korrektur dieses starken Abwärtsmomentums hinein ein paar Euro beziehungsweise Dollar mit aufs Konto verdienen können. Wie schon gesagt, momentan, Sie sehen es hier, wir haben einen Abwärtstrend auch in der Stunde. Das heißt, der Goldpreis läuft hier wieder nach unten. Das ist normal bei so einem Getingel innerhalb dieser Range. Sie sehen es hier in der Stunde, da haben wir nicht wirklich viel zu holen. Hier hatten wir mal einen schönen nach unten laufenden Abwärtstrend. Hier etwas unsauber gewesen, hier auch etwas unsauber, aber Dynamik runter von oben her, war interessant zu traden. Hier unten haben wir es dann gesehen, nach oben hin, jetzt wieder gebrochen. Also Sie sehen, innerhalb dieser Range ist das immer etwas unsauber. Aber solange wie das Ding hier unten hält, ist das interessant zum Traden, weil wir haben dann doch die Chance, nach oben rauszugehen. Das also hier im Chart von Gold. Jetzt schaue ich mal in den Chat auf Facebook, ob noch Fragen da sind. Da sehe ich jetzt momentan nichts an dieser Stelle. Bleibt mir nichts anderes, als Ihnen zu danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die ein oder andere interessante Situation konnten Sie hier mitnehmen und für Ihren eigenen Handelstag benutzen. Ansonsten gute Trades, einen erfolgreichen Dienstag. Wir haben ja schon Dienstag, einen erfolgreichen Dienstag. Und bis morgen wieder im Blog auf Tickmill oder dann hier direkt bei Facebook auf Tickmill zu der Live-Besprechung der entsprechenden Handelsideen. Und wenn jemand Fragen hat oder auch einen Wunschtitel haben möchte, Sie können das gerne auch im Nachgang mit rüberbringen. Auch all diejenigen, die das im Nachgang anschauen, das Video, weil sie nicht live dabei sein können, schicken Sie einfach mal einen Chat, beziehungsweise einen Eintrag hier in diesen Chat rein und dann können wir das Ganze morgen auch besprechen. An dieser Stelle bis morgen, einen angenehmen Tag. Tschüss. 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 Tschüss.